Zertifikat B1 Herzlich Willkommen zum Zertifikat B1 Danke Mein Name ist Michaela Perlmann, das ist meine Kollegin Stefanie Dengler Guten Tag Guten Tag Und wie heißen Sie bitte? Ich heiße Pia Aha, und Sie? Ich heiße Lorenzo Aha Pia, woher kommen Sie? Ich komme aus Finnland Und wie lange lernen Sie schon Deutsch? Ich habe Deutsch drei Monate gelernt Hier in Deutschland? Ja, hier in Deutschland, in München Aha, in Finnland haben Sie noch kein Deutsch gelernt? Nein Aha, ja Wie gefällt es Ihnen hier? Es gefällt mir sehr gut Ah, schön Und Lorenzo, wie lange lernen Sie schon Deutsch? Ich lerne schon acht Jahre Deutsch Acht Jahre? Ja Ich komme aus der Schweiz und in der Schweiz sprechen wir auch Deutsch Ah, ja Also muss ich sehr gut Deutsch lernen Das höre ich, dass Sie aus der Schweiz kommen, ja Aha Haben Sie da Deutsch in der Schule gelernt? Ja Ah Und wie lange sind Sie schon in München? Ich bin nur seit zwei Wochen Ah, ja Ja Okay Und gefällt es Ihnen bei uns? Ja Das freut uns Gut, beginnen wir jetzt mit dem Modul Sprechen Diese Prüfung hat drei Teile Wir beginnen jetzt mit Teil 1 Sie haben einen Kollegen aus dem Kurs Der ist im Krankenhaus Der ist im Krankenhaus, der hatte einen Unfall Ja, ja Ja, ja So, wann möchtest du im Krankenhaus gehen? Ja, ich würde schon morgen gehen, wenn du frei bist Ah, leider nicht morgen ist nicht gut Aber vielleicht am Freitag? Ja, Freitag ist für mich auch gut Okay Okay Okay, und Nachmittag? Nach dem Unterricht? Ja, um 5 Uhr Ja, es geht, es geht Ja, ja Okay Und wir müssen etwas kaufen Ja, ich glaube auch, er ist allein Und dann, ja, ich will etwas vielleicht lesen In einer Zeitung Ja, Führungrecht Und Blumen Ist das Ja, okay Aber du Okay Das finde ich schon gut Also gehen wir nur zwei oder Mit Mit alle anderen Kameraden auch Ja Was möchtest du machen? Können wir auch fragen vielleicht Ja, wir können das machen Und Ja, er wohnt allein zu Hause Vielleicht, er braucht ein bisschen Hilfe Ja, wir können ihm helfen Vom Krankenhaus abholen Ja Und Sonntag Ja Okay Also Du denkst über Einiges geschenkt, okay Ja Und dann spreche ich mit Alle anderen Kameraden Ja, ja Super Okay Also Freitag, haben wir gesagt Ja, Freitag Und um fünf Uhr Um fünf Uhr Ja Perfekt Ja, perfekt Aha So, bis Freitag Ja, Freitag Ja, Freitag gehen wir Aha, Sie sind fertig mit der Planung? Ja Gut Okay Ja, das war schon der erste Teil der Prüfung Dann kommen wir jetzt zu Teil zwei und drei Darin präsentieren Sie ein Thema Ja, Sie haben jeder ein Thema ausgewählt Und haben sich schon Notizen gemacht Bevor Sie nun beginnen, habe ich einen Tipp für Sie Bitte denken Sie an eine Einleitung und einen Schluss Und bitte lesen Sie nicht alles ständig vom Blatt ab Sprechen Sie bitte frei Ja Ja Wer von Ihnen möchte denn beginnen? Ich kann das machen Ja Okay Bevor Sie beginnen, Sie hören jetzt bitte gut zu bei Pias Präsentation Sie möchten nämlich hinterher eine Frage stellen Überlegen Sie sich schon mal eine Frage Ja? Ja, okay Okay Bitte Okay Mein Thema ist Kinder und Fernsehen Und sehen Kinder zu viel Fernsehen Und heutzutage, das ist ein wichtiges Thema Und ich glaube, dass Kinder zu viel Fernsehen Und die Eltern sind gestresst und haben nicht so viel Zeit für die Kinder Das ist leichter für die Eltern Und in meiner Heimat Kinder sehr zu viel Fernsehen Zum Beispiel nach der Schule Kinder machen nicht seine Hausaufgabe Und sehen dann und ich denke, das ist nicht gut Und der Vorteil ist, dass Kinder viele Sachen lernen können durch Fernsehen Aber die Kinder sehr aggressiv sind Und weil sie zu viel Fernsehen Und ja, das ist alles Und haben Sie Fragen? Ja, kann ich vorstellen Ja, bitte Und du? Schaust du viel Fernsehen auch? Nein, ich schaue Nachrichten Und vielleicht eine Stunde pro Tag Und ich lese gerne, aber ich sehe nicht Fernsehen Und wenn du Kinder warst? Hast du viel Fernsehen? Ja, ich spiele mit meiner Freundin Okay Lorenzo Lorenzo, möchten Sie Pia noch ein Feedback geben, bitte? Ich glaube, sie hat sehr gut gemacht Wir hatten auch nicht so viel Zeit Zu vorbereiten Für mich war gut Vielen Dank Vielen Dank Ich habe auch noch eine Frage, Pia Sie sehen ja selber sehr wenig Fernsehen Was denken Sie denn, wie viel sollten Kinder, können Kinder Fernsehen so im Durchschnitt? Vielleicht Vielleicht dann eine Stunde pro Tag Maximum Ja So Lorenzo, jetzt sind Sie dran Bitte präsentieren Sie Ihr Thema Gut, ich spreche über Handy und auch Kinder Ich glaube, ich spreche auch natürlich auch meine persönliche Erfahrung, meine Meinung und die Vorteile und Nachteile wie meine Kollege Also, ich glaube Handy für Kinder sind nicht so nötig Ich habe aber auch immer ein Handy gehabt, das muss ich sagen Mein Vater verkauft Handy Also habe ich immer zu Hause Handy gesehen und Handy probiert Aber ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten Wenn ein Kind zum Beispiel viel zu Hause weg von zu Hause ist Braucht er auch ein Handy, vielleicht Eltern anrufen, sagen, ich komme ein bisschen später, ich komme nicht oder etwas so Aber finde ich auch, dass viele Kinder oder Jungen haben ein Handy einfach zu haben, weil alle ein Handy haben und sie chatten oder sie schauen ein Foto oder einfach, es ist nicht wichtig für sie ein Handy Meine persönliche Erfahrung habe ich immer sehr Sport gemacht, Fußball gespielt und ich war oft in der Schweiz, irgendwo in der Schweiz Also musste ich zum Beispiel meine Mutter und meine Eltern erklären, warum ich zu spät kommen könnte Oder ich weiß nicht, ich musste früher abfahren und einfach informieren meine Eltern, wo ich war und was ich machte Und für mich war sehr wichtig Aber auch hatte ich das Handy einfach, weil es eine Mode ist, ein Handy, ein sehr gutes neues Handy dabei haben, das muss ich auch sagen Also wie habe ich schon gesagt, Nachteile sind natürlich ein Handy immer dabei haben und immer schauen, auch im Unterricht Vielleicht habe ich schon einmal probiert, SMS schicken, während die Lehrerin spricht Aber Vorteile gibt es auch natürlich, informieren und jetzt können wir mit dem Smartphone auch unter Notizien, Zeitungen lesen, Buch auch lesen Ist auch gut, Innovierung geht auch weiter Ja, ich werde auch fertig Danke Pia, möchten Sie ihm eine Rückmeldung geben und eine Frage stellen, bitte? Ja, gerne Das ist sehr gut Und ich habe eine Frage Und benutzen Sie oft Handy? Oh ja, ich benutze viel Handy Und was machen Sie mit dem Handy? Mein Smartphone, also ich schreibe viele SMS und ich schicke viele SMS Ich rufe auch meine Eltern wie meine Freunde Und ich gehe auch in Internet, Unterricht und Sportresultate schauen Danke Danke für Ihre Präsentation Sie haben ja schon sehr früh ein Handy bekommen und nutzen es ja oft Was denken Sie, was ist denn ein gutes Alter für ein Kind, um ein Handy zu bekommen? Also, ich glaube, gibt es nicht einen richtigen Alter Ich würde vielleicht meine Kinder geben um 10 Jahre Also, es bedeutet, was macht er Zum Beispiel, es ist immer oft weg zu Hause oder ist immer in der Nähe von Eltern Und dann kann man schauen und sehen Wenn der Kind sehr gut im Sport ist und immer unterwegs ist Also vielleicht auch ein bisschen früher Aber ich glaube, es ist nicht so gut, sehr, sehr früh um 5- oder 6-Jährige ein Handy geben Dankeschön Bitte Ja, vielen Dank an Sie beide Das ist das Ende der Prüfung Sehr interessant Wir möchten uns jetzt verabschieden von Ihnen Alles Gute Und auf Wiedersehen Vielen Dank Auf Wiedersehen Vielen Dank Vielen Dank